Hier im Umkreis bin ich im Prinzip täglich unterwegs, auf der Strecke so alle zwei, drei Tage, weil hier das Internet mit am besten ist, dass ich kleine Livestreams mit Ihnen machen kann. Der ist ein bisschen alt und mürrisch und an manchen Tagen hat er einfach keine Lust, lange Strecken zu laufen oder überhaupt großartig zu laufen und bleibt dann stehen und das wäre heute vielleicht ein bisschen kontraproduktiv. Sie bekommen sehr oft Leckerchen, damit sie für die Kamera lächeln. Das macht denen dann Spaß. Sie sind aber schon fast ein bisschen eingebildet, ohne Leckerchen. Bleibt der Mund manchmal einfach geschlossen. Werden Sie denn zum Teil auch auf der Straße erkrankt? Da ich hauptsächlich englischsprachige Fans habe, noch nicht. Vielleicht, wenn ich dann mal in England oder in Amerika Urlaub mit den Hunden machen würde, dann vielleicht. Aber ich bin ja erst bei 133.000 Followern. Bei der Million dann, vielleicht werde ich dann mal erkannt. 143 Live-Zuschauer. Jetzt tun wir das Ganze auf Twitter einbetten. Ein paar Mal im Verlauf des Tages retweeten. Dann haben wir am Ende vom Tag zu 20.000, 30.000 Zuschauer. Und vier, 500 Likes auf dem ganzen Ding. Und vier, 500 Likes auf dem ganzen Ding.